Jo Leute, seid herzlich willkommen. Vorab wollte ich nur sagen, wird jetzt eine kleine Änderung hier auf meinem Kanal sein. Und zwar wollte ich sagen, dass jetzt jeden Tag ein Badwars Video hochgeladen wird. Und zwar wird es so sein, dass ich jetzt wahrscheinlich, sozusagen wie Palutne, eine Badwars Woche machen werde. Dass vielleicht jeden Tag um 18 oder 19 Uhr eine Badwars Folge hochgeladen wird. Und das dann in einer Playlist hochgeladen wird. Ähm, wollte ich nur vorab sagen. Und dann soll ich einfach mal sagen, nach dem Intro geht es weiter. Ciao! So, in der Runde angekommen. Äh, ich bin Team Schwarz und wir haben natürlich einen Gegner. Äh, der heißt Dope, 99, also ich wollte erstmal noch Danke sagen, äh, auf meinem Intro. Ähm, auf meinem neunten Intro habt ihr ja irgendwie 100 Aufrufe dagelassen, ne? Das fand ich echt schon cool von euch. Also nochmal Danke dafür. Und ich spiele hier mit dem Floatastisch Pack, by the way. Ich baue mich jetzt einfach mal zu ihm. Äh, und es sieht so aus, als ob er irgendwie keine Ahnung, AFK wäre oder so. Aber ist ja auch... Oh mein Gott! Ich bin leider seine Schuld, warum er AFK jetzt ist. So. Und da... Und er leckt irgendwie. Dann muss ich dich leider runterboxen. So, dann nehme ich ein paar Blöcke noch in die Hand. Ähm, bei der Bad Wars Woche wird es so sein, dass ich nicht nur immer alleine aufnehme. Sondern, dass ich sozusagen, ähm, auch manchmal mit anderen Leuten aufnehmen werde. Äh, lasst euch einfach überraschen, also ich versuche jeden Tag irgendwie 18 Uhr oder um 16 Uhr ein Video hochzuladen. Natürlich werden auch irgendwann mal Sky Boss Videos kommen, aber dann werden zwei Videos am Tag kommen, weil ich jetzt jeden Tag eine Bad Wars Runde hochladen werde. So. Okay, da vorne ist Team Rot. LOL! Okay. Der hat jetzt schon, äh, komische, ähm, komischen Hit gegeben. Aber, egal. Und dann kaufe ich mir ein bisschen besseres Equip. Zack, zack, zack. Wo ich mir noch ein kleines bisschen Eisen. Also, es kann auch sein, dass ich mal irgendwann mal vielleicht nicht so eine Runde aufnehme, wie ich jetzt halt aufnehme, sondern einfach mal eine Viererrunde oder eine Dreierrunde aufnehme. Oder, dass ich mal ein 1,1 mit meinen Freunden aufnehme. Und was ich jetzt schon mal sagen werde, es werden Videos hier, also es werden jetzt in der Bad Wars Woche Videos hochladen, wo ich auch verliere. das macht jetzt zum Beispiel Päuschi zum Beispiel nicht, er will seine Videos so haben, dass er auch gewinnen wird. Oder gewinnen will, sozusagen. Also, ich kann es euch nicht versprechen, dass jeden Tag um 18 oder um 19 Uhr ein Video da ist. Aber es wird auf jeden Fall jeden Tag jetzt ein Bad Wars Video da sein. Aber ich weiß auch leider nicht, wie viel Uhr wegen der Schule und wegen Fußball wird halt, wie gesagt, ein kleines bisschen kritisch, aber ich glaube, das werde ich schon hinbekommen. So. Okay, ich bin jetzt eigentlich der Einzige, der nur noch mein Bett hat. Dann werde ich einfach mal kurz hier schnell eine Warpowder nehmen und eigentlich wieder nach Hause gehen. Ja, weil jetzt kommt einer, jetzt muss ich eigentlich schnell wieder nach Hause. Dann teleporte ich mich mal mit einer Warpowder einfach wieder schnell home. So, zack. Okay, jetzt habe ich nicht mehr im Bett. Bitte kommt meine Ange kommt nicht an. Okay, jetzt bin ich schon. Okay, jetzt muß. okay somit habe ich die runde gewonnen und wir ich sag einfach mal wir sehen uns gleich mal in einer kleinen runde bis gleich so leute wie es gerade aussieht ist irgendwie mein freund nachgejoint der liebe robben also erstmal grüße gehen raus hier mal kurz mein bett ein baue ich mich mal in die mütter wird es eine kleine spannende runde weil er ist eigentlich auch recht gut und ich bin eigentlich auch sehr eigentlich ganz okay aber mal gucken so zack 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 ich fahr spritsche mich jetzt hier erstmal in die mitte ich wurde manchmal als hacker beschuldigt hier soll nur ein kleiner beweis darstellen dass ich jetzt wirklich nicht hacke dass ihr mal meine klicks hier auch sieht ich habe jetzt nicht die besten klicks wenn ich baue da halte ich gedrückt auf der maus finde ich für mich ein bisschen besser so da ich sehr oft als hacker beschuldigt werde boah problem ist gerade dass mein kumpel leckt er hat auch keine ahnung warum er leckt so nach der runde wird das auf jeden fall so sein dass ich dann ein kleines bisschen schneide okay ist ja jetzt auch ein kleines bisschen unfair ja okay es wäre es halt sehr unfair jetzt aber ich würde dann einfach mal sagen wir sehen uns gleich wieder in der lobby bis gleich so falls euch die kleine bett was folge gefallen hat ähm lasst doch eine positive wertung da ähm wie gesagt ich versuche jetzt jeden tag um 18 oder um 19 uhr ein video hochzuladen ne wo ich halt wie gesagt eine bett was playlist jetzt erstellen werde ähm und da werden halt um 18 uhr oder um 19 uhr ein video online sein bett was 1 ich weiß nicht wie lange es geht äh die bett was folgen aber sobald ich sage ich meine lust auf bett was verliere werde ich dann halt aufhören und dann halt irgendwann mal wieder weitermachen ähm und was ich noch sagen wollte natürlich werden auch skyboss video auf meinen kanal kommen aber jetzt eher weniger natürlich äh mein bett was fandme wird mir gerade gemacht vom lieben past also past äh der macht mir gerade mein bett was fandme und ja dann würde ich einfach mal sagen falls euch die kleine folge gefallen hat lasst doch eine positive wertung da haut rein bis zum nächsten mal ciao